Musik Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 67. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es um den Fall Egisto Ott. Egisto Ott, das ist ein ehemaliger Verfassungsschützer, ein Ex-Beamter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT. Heute heißt das Amt nach einer Reform DSN. Dieser Egisto Ott, der steht sinnbildlich für den Zustand des österreichischen Nachrichtendienstes, also jedenfalls zu seiner Zeit. Denn er hat offenbar jahrelang einen privaten Nachrichtenhandel mit geheimen Informationen betrieben. Und einer seiner wichtigsten Abnehmer war der russische Geheimdienst FSB und da ein gewisser Jan Marsalek. Das ist der in Russland abgetauchte und flüchtige, frühere Wirecard-Vorstand, von dem wir mittlerweile wissen, dass er seit Jahren für die Russen arbeitet. Es ist eine wirklich irre Geschichte, die sich da entrollt und dazu gleich mehr. Vorneweg aber ein Programmhinweis. Am 16. April ab 20 Uhr zeichnen wir wieder eine Folge der Dunkelkammer live vor Publikum in der Kulisse Wien auf. Mein Gast ist dieses Mal die frühere ÖVP-Gesundheitsministerin Andrea Gdolski. Und gemeinsam wollen wir an diesem Abend unter anderem die Frage ergründen, was es braucht, um in Österreich Mitglied einer Bundesregierung zu werden. Kleiner Spoiler, man muss zunächst einmal die richtigen Leute kennen. Oder eigentlich andersrum, es müssen einen die richtigen Leute kennen. Mehr dazu am 16. April in der Kulisse Wien. Karten gibt es unter anderem auf kulisse.at und an der Abendkasse. Ich freue mich. Was ihr jetzt gleich hören werdet, kommt stellenweise wie reiner Klamauk daher. Es ist aber kein Klamauk. Nein, leider dafür ist die Sache tatsächlich viel zu ernst. Heute geht es um einen Spionageskandal, dessen Dimension wir noch gar nicht wirklich überblicken. Aber das, was wir bisher sehen, reicht schon, um zu sagen, wir haben ein Problem. Seit einigen Tagen sitzt ein früherer Beamter des österreichischen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in Untersuchungshaft. Sein Name ist Egisto Ott. Die Staatsanwaltschaft Wien führt seit 2017 Ermittlungen gegen Egisto Ott und mittlerweile auch einige andere Leute aus dem Polizeiapparat. Es geht da um eine Platte von Verdachtsmomenten. Aber im Kern geht es um mutmaßliche Spionage für Russland. Egisto Ott war ab 2017 wegen der Vorwürfe, soweit ich das überblicke, dann insgesamt dreimal vom Dienst suspendiert. Es gab bei ihm Hausdurchsuchungen, er saß auch schon einmal vorübergehend in Haft. Und all das hat ihn offenbar nicht daran gehindert, im Juni 2022, also Monate nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, drei Mobiltelefone von hochrangigen Leuten aus dem österreichischen Innenministerium an den russischen Geheimdienst FSB zu verkaufen. Und im November 2022 soll er dann auch noch einen Laptop mit spezieller Verschlüsselungstechnologie und geheimen Daten darauf an die Russen vertickt haben. Für 20.000 Euro. Soweit zumindest die Verdachtslage der Staatsanwaltschaft Wien, die jetzt auch eine der zentralen Grundlagen für die Inhaftierung war. Und organisiert hat die Übergaben von Waren und Geld offenbar niemand anderer als Jan Marsalek, der Egisto Ott jahrelang als einen seiner Zuträger genutzt hat. Wer ist nun Egisto Ott? Er ist 1962 in Villach geboren und war seit 1982 im Polizeidienst. Dieser Egisto Ott hat im Laufe seiner Karriere so einiges an Beziehungen aufgebaut, auch an internationalen Beziehungen. Er war unter anderem bei der EBT, das war die frühere Terrorabwehr. Dann war er Attaché des Innenministeriums in Rom und in Ankara. Und er war zwischen 2013 und 2018 im BVT tätig. Erst für die Terrorismusbekämpfung und später für verdeckte Ermittlungen zuständig. Anfang 2017 kamen erste Verdachtsmomente gegen ihn auf, aber es dauerte dann doch fast noch ein Jahr, bis der ehemalige BVT-Chef Peter Griedling ihn dann Ende 2017 erstmals suspendieren ließ. 2018 musste Ott das BVT dann verlassen und ging zur Sicherheitsakademie des Innenministeriums. Das hat ihn aber offenbar nicht daran gehindert, auch weiterhin Informationen aus Polizeidatenbanken zu beschaffen. Und das zumindest bis 2021. Wie gesagt, die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt seit 2017 wegen etlicher Verdachtsmomente. Da geht es um Amtsmissbrauch, es geht um den Verrat von Staatsgeheimnissen, es geht um geheimen Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs, also um Spionage. Es geht auch um Bestechung, Bestechlichkeit. Neben Egister Ott sind zumindest noch zwei weitere ehemalige BVTler beschuldigt. Einer ist der frühere Vorgesetzte von Egister Ott, der heißt Martin Weiß. Zuletzt soll Martin Weiß in Dubai gelebt haben. Martin Weiß war einmal Abteilungsleiter im BVT und später dann so etwas wie ein Sicherheitsberater von Jan Marsalek. Egister Ott soll bereits 2014 begonnen haben, geheime Informationen an Dritte weiterzugeben, auch gegen Geld. Wie gesagt, er hatte 2013 im BVT angefangen. Spätestens ab 2017 soll er aber hauptsächlich für Jan Marsalek und für die Russen gearbeitet haben. Und die Aufträge dazu sollen jeweils über Martin Weiß gelaufen sein. Weiß hat das auch zugegeben. Also in einer Einvernahme 2021 hat Martin Weiß unter anderem ausgesagt, dass er für Jan Marsalek bei Egister Ott zwischen 2018 und 2020 etwa 25 Abfragen bestellt hat. Direkt Geld habe es dafür nicht gegeben, sagte Martin Weiß auch. Aber er habe Egister Ott bei Kreditrückzahlungen geholfen, nachdem Ott immer wieder Geld gebraucht habe. In Summe will Martin Weiß Egister Ott damals rund 6.000 Euro ausgehändigt haben. Vor mir liegen tausende Seiten Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Wien und der ermittelnden AG Pharma des Bundeskriminalamts. Darunter ist auch die 86-seitige Festnahmeanordnung zu Egister Ott, aus der auch schon Florian Klenk im Falter zitiert hat. Damit ich den Florian auch mal gebührend zitiere. Pause. Verschmitztes Lächeln. Pause aus. Laut der Festnahmeanordnung hat Egister Ott für die Russen immer wieder Informationen zu Leuten beschafft, die aus dem einen oder anderen Grund für den Kreml von Interesse waren. Darunter war zum Beispiel ein abtrünniger FSB-Agent, auch ein bei Putin offenbar in Ungnade gefallener russischer Geschäftsmann, aber auch der einst in Österreich lebende bulgarische Investigativjournalist Christo Grozeff. Zu Christo Grozeff hatte Egister Ott unter anderem die Meldedaten beschafft. Und 2022 brachen dann russische Agenten in Grozeffs Wohnung ein und stahlen dort einen Laptop und USB-Sticks, wie der Standard eben berichtet hat. Christo Grozeff war maßgeblich an mehreren für den Kreml-kritischen Enthüllungen beteiligt. Er arbeitet heute für das englischsprachige Magazin Die Insider und für den Spiegel in Deutschland. Und er war auch Teil jener Recherchgruppe mit dem Standard und dem ZDF, die die jahrelangen Verbindungen Marshallex zu russischen Diensten erst kürzlich offengelegt hat. Ja, zurück zu Egister Ott. Er nutzte jahrelang Datenbanken, wie zum Beispiel das elektronische kriminalpolizeiliche Informationssystem EGIS, die Personenverhandlungsdatenbank, das Schengen-Informationssystem, das Strafregister, das Führerscheinregister, die Kennzeichendatenbank, das Melderegister. Er machte teilweise sogar Fingerabdruckabgleiche und er schaute im Visa-Informationssystem nach. Also mit anderen Worten, Egister Ott hat, so die Verdachtslage, für die Russen in österreichischen Polizeidatenbanken nachgeschaut, ob und welche Informationen zu bestimmten Leuten gespeichert sind. Ja, die Boomer unter uns könnten an diesem Punkt aufschrecken und sagen, Moment einmal, da war doch was vor etwas mehr als 20 Jahren. Der Fall Josef Kleindienst, der FPÖ-Spitzelskandal bei der Polizei? Hieß es später nicht, man habe das IT-System der Polizei nach Auffliegen dieses Skandals reformiert, um illegale Abfragen zu verunmöglichen? Hat man offensichtlich nicht. Vor mir liegt ein interner Bericht des BVT aus dem Jahr 2021, wo Abfragen von Egister Ott rekonstruiert wurden. Und da steht unter anderem, dass bei 382 Abfragen durch Ott im ECIS-System zwischen 2015 und 2017 kein dienstlicher Bezug hergestellt werden konnte. Und da steht auch, ich zitiere, Ott benutzte als Bezug für seine Abfragen größtenteils Fantasie-Aktenzahlen, was bedeuten soll, dass diese Aktenzahlen niemals durch das Aktenverwaltungssystem EDIS generiert worden sind und daher auch zum Zeitpunkt der durch Ott unter diesem Bezug getätigten Abfragen niemals existent gewesen sein können. Zitat Ende. Also vereinfacht gesagt, Egister Ott hat im System nachgeschaut, indem er Aktenzahlen, die brauchte es, Fallzahl, Aktenzahlen, erfunden hat. Einfach erfunden hat. Muss man erst einmal wirken lassen. Die damalige BVT-Leitung hat tatsächlich festgestellt, dass es jedenfalls damals möglich war, völlig unbehelligt, illegale Abfragen im Polizeicomputer zu machen. Man brauchte dazu nur eine Fantasie-Aktenzahl. Alle Achtung. Peter Griedling, der frühere BVT-Chef, wurde dazu auch von Armin Wolf in der ZIB 2 befragt. Und Griedling sagte, dass BVT habe die IT-Zugriffe der eigenen Leute zwar protokolliert, aber nicht überprüft. Dafür sei das Innenministerium zuständig. Da ist es aber allem Anschein nach auch niemandem aufgefallen. Egister Ott hat aber nicht nur seine Möglichkeiten im Inland genutzt, auch Kollegen im Ausland hat er für Abfragen eingesetzt. So zum Beispiel in Deutschland, in Großbritannien, in Irland oder in Italien. Seine Kollegen dort ließ er offenbar im Glauben, er ermittelt da gegen Terrorverdächtige. Er hatte ja schließlich eine Vergangenheit in der österreichischen Terrorabwehr. Und diese Legende hielt er aufrecht, als er lange nicht mehr für Terrorismus zuständig war. Ja, also als er noch nicht einmal mehr im BVT war. Ein Carabinieri in Udine zum Beispiel, der bekam regelmäßig Anfragen von Egister Ott, er möge bitte bestimmte Personen in den italienischen Polizeidatenbanken abklären. Der Carabinieri machte das auch und schickte dann Ergebnisse so vorhanden nach Wien zu Egister Ott. Alles immer sehr informell. Der italienische Polizist wurde später dazu befragt. Ich habe das Protokoll seiner Aussage auch vor mir liegen. Und er sagte aus, dass er die Abfragen damals im guten Glauben gemacht habe. Diese hätten einen Bezug zur Terrorbekämpfung. Schließlich arbeitete Egister Ott ja für die österreichische Terrorabwehr. Die Wahrheit ist, dass Ott da schon lange nicht mehr für Terrorismus zuständig war. Das hat der italienische Polizist aber nach eigener Darstellung nicht gewusst. Ja, und auch für die italienische Polizei IT scheint es Workarounds zu geben. Der italienische Polizist wurde auch gefragt, wie er denn diese Abfragen von Egister Ott im italienischen IT-System gerechtfertigt hat. Seine Antwort in deutscher Übersetzung, ich zitiere, Die Staatsanwaltschaft Wien hält in ihrer Festnahmeanordnung zur Egister Ott übrigens auch fest, dass diese Abklärungen im Ausland natürlich auch dazu führten, dass ausländische Behörden sich für bestimmte Russen zu interessieren begannen, hinter denen eigentlich nur der Kreml her war. Und die Staatsanwaltschaft schreibt da, ich zitiere, Der russische Nachrichtendienst hat ein Interesse daran, dass staatlicher Druck auf die gesuchten Personen ausgeübt wird und diese lokalisiert werden. Dieses Interesse förderte Egister Ott mit seinen Anfragen. Zitat Ende Ja, im Juli 2017 ist dann etwas passiert, das mit den bisher geschilderten Vorgängen zunächst gar nichts zu tun hat. Dieser Strang der Geschichte beginnt mit einer vermeintlich vergnüglichen Kanufahrt. Ja, und hier kommen auch die drei Handys ins Spiel, von denen ich eingangs erzählt habe. Im Juli 2017 hatte der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka sein Kabinett zur Klausur nach Tulln eingeladen. Da waren einige Leute dabei, drei Namen sind hier aber besonders wichtig. Erstens Michael Kleubmüller, er war damals Kabinettschef von Sobotka und galt als einer der einflussreichsten Polizisten Österreichs. Mittlerweile arbeitete er im niederösterreichischen Wohnbausektor. Ja, Michael Takatsch, damals Polizeireferent im Kabinetts Sobotka. Mittlerweile ist er Bundespolizeidirektor. Und der dritte war Gernot Mayer, damals ebenfalls im Kabinetts Sobotka. Er ist heute Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl. Ja, also im Juli 2017 war man auf Klausur und danach gab es so als Teambuilding-Maßnahme eine Kanufahrt auf einem Seitenarm der Donau. Und dumm gelaufen, zwei Kanus kenterten und drei Diensthandys wurden nass. Und zwar jene von Kleubmüller, Takatsch und Mayer. Danach waren sie kaputt. Und was jetzt folgt, zeigt einmal mehr, wie sorglos in Österreich Behörden mit sensiblen Daten umgehen. Tatsächlich gibt es nämlich offenbar kein standardisiertes Sicherheitsprotokoll, wie mit defekten Diensthandys von Kabinettsleuten im Innenministerium umzugehen ist. Auch hier lief wieder alles sehr informell. Michael Kleubmüller sagte bei einer Einvernahme als Zeuge aus, dass Michael Takatsch jemanden organisiert habe, der sich der Handys annehmen werde. Er, Kleubmüller, sei dann aber wenige Wochen nach dem Kahnunfall aus dem Kabinett ausgeschieden. Er habe sich dann nicht mehr darum gekümmert und auch nichts mehr gehört. Michael Takatsch sagte als Zeuge aus, er habe noch im Juli 2017 einen Bekannten aus dem BVT informiert, den er als Handyspezialist kannte. Und zwar den Gruppeninspektor H. Auch gegen H. sind Ermittlungen anhängig. Ich nenne seinen Namen aus medienrechtlichen Gründen nicht. Der Gruppeninspektor bekam von Michael Takatsch 2017 den Auftrag, die nass gewordenen drei Handys nach Möglichkeit wiederherzustellen. Takatsch sagte übrigens auch aus, dass auf seinem Handy sicherlich auch heikle Informationen gespeichert waren, darunter die Kommunikation mit Innenminister Sobotka und möglicherweise auch Staatsgeheimnisse, wie er es ausdrückte. Ab hier gehen die Erinnerungen der beteiligten Personen teils diametral auseinander. Das beginnt schon mit den Umständen der Übergabe der Handys. Michael Takatsch sagte als Zeuge aus, er habe dem BVT-Gruppeninspektor H. 2017 ihm in den Ministerium die drei Handys übergeben und der habe sie dann mitgenommen. Der Gruppeninspektor sagte als Beschuldigter bei einer Einvernahme aus, ein Chauffeur habe ihm die Handys im Kuvert ins BVT geliefert. Tatsache ist, dass auf dem Handy von Kloib Müller und auf dem von Takatsch Post-its klebten, auf denen die Entsperrcodes vermerkt waren. Also zumindest für diese zwei Handys waren die vorhanden. Wer diese Post-its geschrieben hat, das ließ sich übrigens Ex-Post nicht aufklären. Michael Takatsch sagte jedenfalls aus, der Gruppeninspektor habe ihn nach etwa einer Woche angerufen und erklärt, die Daten auf den Handys seien nicht wiederherzustellen. Und daraufhin habe er den Gruppeninspektor gebeten, die Geräte zu vernichten, was der auch zugesagt habe. Eine schriftliche Dokumentation dazu gab es aber nicht, sagte Michael Takatsch aus. Der Gruppeninspektor wiederum bestreitet, dass es einen definitiven Vernichtungsauftrag von Takatsch gegeben hat. Laut einer schriftlichen Stellungnahme seines Anwalts aus dem Jahr 2021 hatte der Gruppeninspektor die Handys monatelang im BVT getrocknet. Erst mit Trockenbeuteln und dann mittels Reiseinlage. Also das waren Tapperwehrschüsseln voller Reis mit den Handys drin, um die Feuchtigkeit zu entziehen. Das hat aber offenbar nicht funktioniert. Laut dem Gruppeninspektor waren die Geräte auch nach monatelanger Trocknungszeit in Reiseinlage nicht wieder in Gang zu bringen. Bei keinem der drei Handys sei ein Auslesen der Daten möglich gewesen, hielt der Gruppeninspektor in seiner Stellungnahme fest. Das wollte er Michael Takatsch auch immer wieder mitteilen, aber der habe irgendwann nicht mehr auf seine Anrufe reagiert. Der Gruppeninspektor sagte auch aus, er habe diese drei defekten Telefone dann zusammen mit anderen Geräten und Ersatzteilen in einem Dienstschrank im BVT aufbewahrt, zu dem allerdings viele Leute einen Schlüssel hatten. Am 28. Februar 2018 kam es dann zur Razzia im BVT, die mich hier in der Dunkelkammer schon öfter einmal beschäftigt hat. Laut dem Gruppeninspektor wurde dabei auch der Dienstschrank mit den Handys geöffnet und nach der HD lag all dieses Equipment unter viele kaputte Telefone aus dem Schrank in seinem Büro verteilt herum. Er habe das dann alles wieder eingeräumt, ohne zu überprüfen, ob noch alles vorhanden war. Wenige Monate nach der HD im BVT 2018 verließ der Gruppeninspektor dann das BVT und ließ nach eigener Darstellung die drei Handys von Claude Müller, Takac und Mayer, glaublich, im Dienstschrank zurück. Also wenn diese Handys dann noch da waren und nicht möglicherweise im Zuge der HD verschwunden sind, dann müssten sie ja noch im Schrank im BVT sein, so der Gruppeninspektor damals. Ja, da können sie jetzt aber eigentlich tatsächlich nicht mehr gewesen sein, und zwar schon länger nicht mehr. Auftritt Egisto Ott. Es hat sich später herausgestellt, dass diese drei Telefone 2019 bei ihm gelandet sind. Das hat er selber bei einer beschuldigten Vernehmung vor dem Bundeskriminalamt zugegeben. Er sagte damals aber auch aus, dass er diese Handys tausendprozentig nicht vom Gruppeninspektor H bekommen hatte. Ja, von wem dann wurde er gefragt? Und seine Antwort lese ich jetzt vor. Ich habe in meinem privaten Hausbriefkasten an meiner Wohnadresse in Wien ein Kuvert vorgefunden, in dem sich drei Mobiltelefone befanden. Es war kein Absender darauf und auch kein Begleitschreiben dabei. Ob es sich um die besagten Telefone handelt, kann ich mangels physischer Vorlage nicht sagen. Soweit mir erinnerlich ist, waren die Handys teilweise beschädigt. Wer und vor allem warum man mir immer wieder Informationen zukommen lässt, ist mir unbekannt. Ich habe dazu zwar meine Vermutungen, ich behalte diese aber lieber für mich. Zitat Ende. Also, Egisto Ott sagt, er habe drei kaputte Handys in seinem Postkastel vorgefunden, kann aber nicht sagen, von wem oder warum er die bekommen hat. Er wurde auch gefragt, was er mit den Telefonen in weiterer Folge gemacht hat. Die Frage wollte Egisto Ott nicht beantworten, da entschlug er sich laut Protokoll der Aussage. Die Geschichte ist an diesem Punkt natürlich nicht zu Ende, denn jetzt betritt noch ein Ex-Polizist die Szenerie. Er hat nie für das BVT selbst gearbeitet. Er war einst in Wien im uniformierten Streifendienst und später bei der Einsatzgruppe EGS tätig. EGS, das ist just jene Truppe, die am 28. Februar 2018 an der Erstürmung des BVT beteiligt war. Damit hatte dieser Polizist aber nichts zu tun. Er hat den Polizeidienst 2010 verlassen und hat sich dann in der Sicherheitsbranche etabliert. Auch gegen ihn wurden Ermittlungen eingeleitet. 2021 gab es bei dem Sicherheitsberater eine Hausdurchsuchung. Er wurde einvernommen und er erzählte der AG Farmer des Bundeskriminalamts unter anderem Folgendes. 2019 habe er von Egisto Ott zunächst einen USB-Stick erhalten, auf dem eine Auswertung von einem der Mobiltelefone gespeichert war. Das waren Chatverläufe aus dem Handy von Michael Kleubmüller. Die wurden auch der Plattform ZackZack von Peter Pilz zugespielt. Sehr wahrscheinlich auch von Egisto Ott. Die Kleubmüller-Chats enthielten zwar keine Staatsgeheimnisse, aber zumindest Hinweise auf Postenschacher im Innenministerium. Noch so ein Widerspruch. Der Gruppeninspektor H. hatte ja behauptet, dass keines der drei Handys wiederherzustellen war. Tatsächlich ist es bei dem von Michael Kleubmüller zumindest teilweise gelungen. Wem auch immer. Nach dem USB-Stick soll Egisto Ott dem Sicherheitsberater dann noch 2019 auch die drei Handys physisch übergeben haben. Und dieser Sicherheitsberater sagte dann auch aus, dass er den Auftrag bekommen hat von Egisto Ott, diese drei Handys von einem israelischen Sicherheitsexperten wiederherstellen zu lassen. Auch Martin Weiß sei darüber informiert gewesen. Und laut dem Sicherheitsberater hätte die Beauftragung des israelischen Experten einige tausend Euro gekostet. Und Egisto Ott und Martin Weiß seien nicht in der Lage gewesen, auch nur eine Anzahlung aufzutreiben, weshalb er diese drei Handys Egisto Ott schlussendlich zurückgegeben habe. Zwar noch 2019. Und jetzt vergeht ein wenig Zeit, ehe diese drei Handys wieder auftauchen. 2023 flogen in Großbritannien sechs russische Spione auf. Und bei der Auswertung von Chats stießen die Behörden auf eine Kommunikation, wo es um die von Jan Marschallek organisierte Übergabe von drei Handys in einer Wiener Wohnung ging. Das war die Wohnung von Egisto Ott's Schwiegersohn, also Ex-Schwiegersohn, muss man richtigerweise sagen, wo dann 2022 auch tatsächlich zwei Übergaben stattgefunden haben sollen. Erst die Handys und dann der Laptop. Wessen Laptop das war, das geht aus der vorliegenden Dokumentation übrigens nicht hervor. Auch der Schwiegersohn von Egisto Ott wurde vorübergehend festgenommen, ist mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Zusammenfassend heißt das, Egisto Ott hat es anscheinend geschafft, jahrelang geheime Informationen zu beschaffen und zu verwerten. Er tat das der Verdachtslage nach, als Beamter des BVT unter Nutzung von Fantasieakten zahlen, aber auch danach, als er schon nicht mehr im BVT war. Auch die Suspendierungen scheinen ihn nicht wirklich gehindert zu haben. Dass er all das aus tiefer Überzeugung für die Russen gemacht hat, darauf deutet übrigens Wenikin. Es ging wohl immer nur ums Geld. Und womöglich auch um das Bedürfnis nach Anerkennung. Und sei es von Seiten russischer Agenten. Diese Geschichte steht noch an ihrem Anfang. Ich werde sicher weiter darüber berichten. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr. Es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion-at-die-dunkelkammer.at Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link Michio-Lawoc Tut servi moi und frbereich. dir mit mir. Funktionär . Mit mit Notes icas wurden wirklich Aus iku